Herzlich Willkommen liebe Leute zu einer neuen Ausgabe von Playtime. Ja, als allererstes möchte ich mich hier erstmal entschuldigen für meine Stimme. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, das werdet ihr natürlich gern hören, ja sag ich. Und deswegen habe ich hier einmal eine Terraforming Mars-Tasse gefüllt mit Tee und einmal Deadpool gefüllt mit Tee. Ich denke, das Video wird eine Zeit dauern und von daher bin ich da hoffentlich ein bisschen gerüstet. So, ich habe auch noch jetzt einen Kanal-Update, das ich euch vorstellen möchte und ein bisschen Talk über diverse Themen, die die Brettspielwelt so bewegen. Aber nur ein spezifisches Thema. Ja, also wir beginnen erstmal mit dem Kanal-Update. Einige von euch haben mich ja gefragt, ja sie möchten gerne den Kanal unterstützen finanziell, wie ist das denn möglich? Ja, das ist schon länger her und jetzt habe ich mich endlich mal getraut, sage ich mal, ja und das Patreon aktiviert. Ihr kennt das sicher von den anderen YouTubern. Ich werde jetzt nicht viel rumbetteln oder so, ja ich habe es einfach mal aktiviert und das ist natürlich eine völlig unverbindliche Plattform, in der ihr ein Abo einrichten könnt und monatlich etwas zahlen. Das heißt, 2.000 bis 1.000, 5.000 Euro, ja je nachdem wie ihr wollt, ja das sage ich natürlich auch nicht, nein, na Scherz. Aber jedenfalls, ihr könnt da 2, 3 Euro rein spenden und das jederzeit wieder kündigen. So, jetzt fragt ihr euch, ja was macht ihr denn mit dem ganzen Geld? Ich kann euch meine ersten Ziele hier festlegen bzw. vorstellen, ja das ist wie bei den meisten so, ich brauche bessere Hardware. Ja, wie ihr wisst, kostet das ja ziemlich viel Geld, ich gebe ziemlich viel Geld für Spiele aus, die ihr dann natürlich auch auf meinem Kanal sehen werdet und ich stecke extrem viel Freizeit in die Videoproduktion. Ja, und um das Ganze jetzt, muss ich einen Schluck schon nehmen, Saat. Um das Ganze jetzt natürlich ein bisschen leichter zu machen, müsst ihr euch vorstellen, ich schneide meine Videos auf einem Desktop-PC. Ja, das Problem ist, der ist schon 10 Jahre alt, das ist schon ein Alter, damals war das ein absolutes High-End-Gerät. Und klar, er funktioniert jetzt auch noch, nur ich brauche für die Videos sicher doppelt so lange, als wie wenn ich einen schon aktuelleren PC hätte, ja mit SD-Rams und alles mögliche. Das wäre dann schon viel besser, würde viel leichter funktionieren, das kostet natürlich aber auch Geld. Dieses Jahr war sowieso ein bisschen schwierig für mich, ja, also ich hatte sozusagen Pech mit meinem Auto, erst mal wurde das ruiniert, ja, da war ich selber schuld, ja. War aber ein ziemlich altes Teil, war nicht so schlimm. Dann habe ich mir ein neues Auto gekauft, kostete auch eine Stange Geld, ja, Cash. Und dann, ja, gibt es halt so dumme Leute, die meinen, auf der Autobahn muss man rückwärts fahren und hauen die das neue Auto zusammen, ja, war alles nicht so cool diesmal. Aber wie gesagt, ist das alles nicht so einfach und der Kanal kostet ja auch Geld, ja. Und jetzt versuche ich eben, also das waren jetzt so Nebenbei-Geschichten, da ein bisschen Geld zu sammeln. Und zwar erstmal für einen neuen PC. Ja, ich habe mir da so die Richtlinie gesetzt, da muss natürlich was Ordentliches her. Ja, und ich denke mir mal so, ja, wenn ich es schaffen würde, so ab die 1000, 1200, dann werde ich mir mal ein ordentliches Teil zulegen, um auch schneller das Ganze abwickeln zu können. Ja, danach vielleicht einmal eine bessere Kamera, wäre auch noch cool. Ja, ich habe jetzt zwar keine, die ist nicht schlecht, aber da ist natürlich noch viel Luft nach oben und auch soundtechnisch. Und wenn ich das Ganze mal geschafft habe, mich für den nächsten paar Jahre ein bisschen gewappnet habe, technisch, dann möchte ich es so machen, dass dieses Geld, das zusammenkommt, vielleicht in Spiele investiert wird und die Patreons darüber abstimmen dürfen, welches Spiel ich mir als nächstes zulegen soll, um es vorzustellen. Ja, so irgendwie habe ich das dann geplant und das macht natürlich auch Sinn. Ja, da hat jeder was davon, wenn er dann weiß, was kann ich mir oder soll ich mir das Spiel dann auch kaufen. Ja, da noch dazu viele Patreon-Anbieter bzw. Patreon-Hast geben euch oder Kanäle geben euch Zusatzfeatures, wenn ihr Patreons werdet oder ein Abo macht, damit kann ich euch jetzt erstmal nicht dienen. Ja, da bin ich ganz offen, ich habe jetzt nicht die Zeit dazu, mich darum zu kümmern. Ja, jetzt hast du 10, 100 Patreons, keine Ahnung. Und du musst da jetzt irgendwie immer Special-Content raushauen, noch mehr Videos machen, noch mehr Videos zur Verfügung stellen. Nein, das gibt es erstmal nicht. Das heißt, wenn ihr mich unterstützt, unterstützt ihr mich wirklich direkt, werdet die Infos natürlich auch darlegen. Das Einzige, was ich machen werde, ich werde ab und zu Spiele unter den Patreons verlosen, die mich natürlich abonniert haben. Ja, das werde ich machen, also ich catche euch nicht oder bitte euch nicht um Unterstützung und fange euch mit irgendwelchen Zusatz-Content, den ihr jetzt bekommt, ganz exklusiv. Ja, das müsst ihr dann schon beachten. Aber ich sage mal, ja, so 2, 3 Euro pro Monat, vielleicht das wäre dann cool. Und wenn man dann viele zusammenbekommt, dann auch mal ein neues Equipment. Ja, da werdet ihr euch denken, ja, ihr bekommt vielleicht von YouTube ein bisschen Geld. Ja, so viel ist das nicht. Man hat zwar jetzt schon, ich habe jetzt schon 1.800 Abonnenten fast, oder? Ja, da bekommt man ein bisschen was, ja, das, ihr müsst rechnen. Generell geht man davon aus, das sind so circa pro 2.000 Klicks 1 bis 2 Euro, ja. Das wären dann, damit bin ich ganz transparent, ich glaube, das sind dann alle zwei Monate vielleicht 100, 120 Euro, wenn es hochkommt, ja, überhaupt. Ja, das ist natürlich auch nicht zu viel, da spart man ja irgendwie zusammen. Das kommt dann natürlich auch der Hardware zugute, wo ich das Ganze dann natürlich auch investieren werde. So sieht es aus finanziell und das sind meine Beweggründe für Patreon. Und wie gesagt, wenn ihr schneller, das habe ich eh viel Content, aber ich bin dann einfach viel schneller in meiner Arbeit, wenn erst mal der PC ein bisschen aufgerüstet ist. Und das ist sozusagen mein erstes Ziel. So, genug geredet über Patreon. Ja, was war der nächste Punkt? Jetzt erst mal einen Schluck. Ah ja, genau. Ganz heiß aktuell ist ja das Thema Kopa. Aber ich will auch nur ganz kurz dieses Thema anschneiden. Ihr wisst schon, dieses Jugendschutzgesetz, dass Jugendliche unter 13 oder bis 13 Jahre ein bisschen Schutz nehmen sollen. Ihr wisst ja, YouTuber hat da ein bisschen Scheiße gebaut und Nutzerdaten weitergegeben. Was hätten wir uns gedacht, ja, oder weitergegeben, dass sie das ausnutzen und das analysieren mit den Algorithmen und so. Das kennen wir doch alle. Also, es ist eigentlich nichts Neues. Aber ja, es gab eine Klage. YouTuber hat gezahlt. Und jetzt fürchten viele YouTuber, dass ihr Kanal aufgrund dieser neuen Regelung, dass man keine Spielsachen zeigen darf in den Videos, dass man da eine Strafe zu befürchten hat oder der Kanal gesperrt wird. Ja, meine Meinung dazu ist, die Angst ist berechtigt. Aber ich glaube auch, dass das Ganze viel zu heiß gegessen wird, als es gekocht ist. Ja, weil bis jetzt gab es immer irgendwelche Ankündigungen und trotzdem existieren die großen Kanäle immer noch. Und natürlich kann es sein, dass es den einen oder anderen erwischt auf irgendeine Art und Weise. Und ja, sollte es mich erwischen, ich habe jetzt nicht so Angst davor, ja, entweder passiert es oder es passiert nicht. Alle meine Videos werden natürlich als Erwachsen eingestuft. Dann kann ich nichts machen, ja. Und wenn das passieren würde, dass sie meinen Kanal sperren, dann denke ich mir, war es das auch. Da muss ich mir das dann überlegen, ob ich dann vielleicht auf eine andere Plattform auswandere. Ja, also ob diese Option in Frage kommt, weiß ich nicht. Ja, ob ich mir die Nerven und die Arbeit antue, das Ganze nochmal aufzubauen. Das steht noch offen, aber sollte es passieren, dann ist es zu, sage ich mal, 80% fix, dass es dann wahrscheinlich meinen Kanal nicht mehr geben wird. Ja, aber ich gehe davon aus, dass es mir natürlich nicht passiert und dass das alles jetzt wieder einfach nur ein bisschen hochgekocht wird und im Endeffekt, dass alles dann gar nicht so schlimm ist, wie man glaubt. Ja, das ist meine Meinung zur Koopa, also einfach mal abwarten und wenn es passiert, passiert es. Und ja, einfach mal schauen. So, ganz kurz auch, natürlich muss von mir die Gedanken dazu kommen, ich möchte natürlich nicht, dass mein Kanal jetzt irgendwie verschwindet, weil ich finde es toll. Ja, man lernt immer wieder neue Leute kennen, vor allem die Messen, die neuen Blogger, neue Leute, die einen ansprechen. Ich finde das einfach toll, ja. Das schöne Feedback, das man auf die Videos bekommt, ja, das sind die Sachen, die einen einfach motivieren, weiterzumachen. Da fühlt man sich gut dabei, ja, wenn man gutes Feedback bekommt, ist das wirklich toll. Und wenn man dann liest, dass viele Leute geholfen sind, jetzt seht ihr es auch bei Arrow of Tribes zum Beispiel, war eine geile Geschichte. Also so lange geärgert hat, bin ich mich schon lange nicht mehr. Das Spiel ist so der Hammer, aber dieses Skill-Reading, habe ich dann selber falsch erklärt und falsch gespielt. Ja, das hat mich ein bisschen Nerven gekostet. Und ich sage euch, da bin ich dann nochmal zwei Stunden, bin ich dann über diesen Skill-Hacks da, habe ich gebrütet, ja, wie meint er das jetzt, wie funktioniert denn das Ganze jetzt? Man kann sich das, wenn er es schreibt, nicht vorstellen, bildlich auf dem Brett, ja unmöglich, bis dann auf einmal der Schalter umgelegt wurde und dann, ja, auch ein User hat mir dabei geholfen, ein Zuseher hat das nochmal angeschrieben, wie er meint, dass es funktioniert. Und dann habe ich es gecheckt, ja, ist eigentlich wirklich total einfach. Das hatte ich noch nie, ja, das hat mich wirklich beschäftigt. Und dieses Video über diesen Skill-Hacks, wie das jetzt funktioniert, sowas gefällt mir dann, wenn es dann passt, ja, und ihr Leute, die ja damit auch zurechtkommen müsst, einfach mal draufklickt, seht euch das fünf Minuten lang an und ihr wisst sofort, wie es geht. Sowas ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen, das macht Spaß, wenn man dann den anderen Leuten helfen kann. Ja, jetzt noch einen Schluck, es wird schon hart. Und jetzt kommen wir zu den Spielen, die ich gespielt habe. Ich würde sagen, nicht nach chronologischer Reihenfolge. Das sind wirklich viele und als erstes gehen wir die Spiele durch, die ich jetzt physisch noch bei mir habe, beziehungsweise die ich selber besitze. Und ich gehe da jetzt natürlich nicht nach Reihenfolge, ich habe mir die jetzt rausgesucht und alle abgestellt. Und verzeiht mir, wenn ich nicht mehr so viel zu den Spielen sagen werde, aufgrund der Stimme, ich hoffe, es geht noch eine Weile. Und zwar haben wir hier als erstes Firetower. Ja, Firetower war ein Spiel, das hat mich echt enttäuscht. Ich bin auch ein kleiner Pyromane, das ist ja wirklich, ich liebe Feuer. Daher auch das Thema hat mich ziemlich gecatcht. Die Idee ist ganz gut, ja, es ist am Anfang ganz witzig, vielleicht eine Partie, aber danach mag man es eigentlich nicht mehr spielen, weil es ist zu sehr glückslastig. Ja, ich habe nichts gegen Glück, aber da ist es dann wirklich so, dass man eigentlich nur mehr nebenher spielt und Glück haben muss, welche Karten, dass man zieht, wenn man dann sogar nur zu zweit gegeneinander auf dem Tisch sitzt, weil es gilt ja Last Man Standing, das ist noch langweiliger, weil im Prinzip macht ihr nichts anderes, als der eine legt Feuer, der andere löscht Feuer. Der eine legt Feuer, der andere löscht es wieder. Und kann der irgendwann mal nicht genug löschen, dann ist er tot. Ja, und das hängt natürlich davon ab, welche Karten ihr zieht. Ja, von daher ein ganz mega simples Spiel, das zwar irgendwie toll aussieht, aber für viel Spieler absolut nicht zu empfehlen. Eventuell als Absacker, wenn man am Abend schon etwas getrunken hat, ja nicht mal ordentlich denken kann, dann hat man vielleicht Spaß mit diesem Titel, aber ansonsten würde ich es jetzt so generell auch für viel Spieler nicht weiterempfehlen. Das wäre feiert worden. So, dann kommt Ecos, ein kleiner Liebling von mir. Werdet ihr auch bald auf meinem Kanal sehen, hoffentlich. Ich habe so viel zu drehen derzeit, weil ich so viel gespielt habe, aber Ecos möchte ich immer und immer wieder spielen. Es ist ein Bingo-Mechanismus, der meines Erachtens hier voll ausgereizt wurde und eine frische neue Idee auf den Tisch gebracht hat, und zwar das Ganze in Form von Fähigkeiten, die ihr aktivieren müsst, basieren auf die Ressourcen, die ihr zieht, und es ist einfach herrlich genial. Ich habe das, die Erstpartie war sogar mit fünf Leuten, alles waren viel Spieler, und jeder hatte seinen Spaß dabei, und es sieht so geil aus, das Brett. Ja, das wird dann eine richtig schöne Landschaft. Bei jedem Spiel ist die Landschaft anders. Die unterschiedlichen Tierarten haben jede eigene, thematisch passende Fähigkeiten. Der Haar frisst sich durch die Meere. Die Störche wollen von einem Landgebiet in das nächste fliegen und über Wasser, und dann bekommt ihr Punkte. Also, es ist so schön, wenn man dieses Spiel spielt, und dann liegt da das Spielbrett mit den Bergen, Bäumen und so, und die Mechanik ist einfach genial. Ja, das war so ein Spiel wirklich, ich wollte es mir nicht kaufen, ich habe mir gedacht, boah, sieht geil aus, aber Bingo Mechanik, nein, aber ich kann es nur empfehlen. Also, wenn ihr euch noch ein bisschen auf sowas einlassen wollt, mit der Bingo Mechanik hier, heißt der hier Ecos. Ich finde, es ist perfekt, was man da rausgeholt hat, und ich kann es euch gleich schon sagen, ich mache jetzt kein Fazit zu diesem Spiel, was soll das? Dieses Spiel steht bei mir sehr hoch im Kurs, und wird generell wahrscheinlich eine Auszeichnung bekommen. Ja, genau, zu den Auszeichnungen noch. Es werden jetzt ein paar Spiele kommen, die ich auszeichnen werde, ich sehe es schon vor mir kommen, ja, jetzt letztens gerade eben Cooper Island, hätte ich mir nicht gedacht, bevor ich es gespielt habe, irgendwie, dass es so geil wird. Und ich möchte, dass ihr nur wisst, ja, nicht, dass ihr jetzt anfängt, der aus dem Board Gamer, schmeißt Auszeichnungen um sich, das ist nur eine persönliche Auszeichnung von mir, die darstellen soll, dass ich dieses Spiel wirklich uneingeschränkt in der jeweiligen Zielgruppe empfehlen kann. Und vor allem ist mir auch wichtig, dass es Langzeitspielspaß bietet, ja, ein Spiel, das man immer wieder spielen kann, und auch ein extrem wichtiger Punkt ist, die Innovation, ja, und zum Beispiel bei Cooper Island war das dann das Ausschlaggebende, dass sie einfach sehr schöne, viele Mechaniken schon verbunden wurden, ja, das erste mit dem Schiffsreisen, ja, gibt es vielleicht in anderen Spielen, wo man mit Bewegungen etwas auslösen kann, aber dass ihr dann auf die anderen Inseln der Spieler rumfährt, das finde ich schon mal cool. generell Häuser bauen und so, ja, das sind alles Standardbewegungen oder Standardaktionen, aber dann kommt eben dieses Hochbauen mit den Blättchen. Ich bin eigentlich nicht so der Blättchen-Fan, ja, Pandora hat mich total begeistert, aber dann hier mit diesem Hochbau, das ist richtig geil, dass die Ressourcen dann mehr wert werden, wenn man hochbaut, ich finde das innovativ, ja, also ich habe noch kein Spiel gespielt mit so einer Mechanik, und von daher wird bei Cooper Island das richtig frisch dargestellt, ja, und sowas begeistert mich, ja, und dass man dann noch so viele Optionen hat und so, ja, das ist wirklich so ein Spiel, wo eben die, finde ich, die neuen Sachen, die ich kennengelernt habe, auch so beeindruckend sich in das Spiel einfügen, dass es eine Auszeichnung verdient oder dass dieses Spiel generell eigentlich, obwohl es viele, also wenn es jetzt ein anderes Spiel wäre, ja, zum Beispiel, dass es jetzt ein Spiel ist, das sehr viel Spielspaß bietet, obwohl man keine neuen Mechaniken hat, ja, dann würde ich es auch auszeichnen, also wie gesagt, Wiederspielwert und Innovation, finde ich, steht bei mir ganz hoch im Kurs, und von daher wird es in nächster Zeit schon ein paar Spiele geben, dass ich auszeichnen werde, wie gesagt, war ein kleiner Spoiler, aber zu E-Kurs, aber E-Kurs finde ich persönlich genial, ja, also ich habe noch, ich, sogar, es ist sogar so ein Stück, freundlich, dass ich es Spielern beigebracht habe, die normalerweise nicht spielen, die setzt sich hin, checken die Mechanik und hatten voll Spaß dabei, also, nein, E-Kurs ist echt ein geiler Titler, so, dann, Marvel Champions ist ja in aller Munde, ja, da habe ich euch auch schon viel zu diesem Spiel gezeigt, und auch schon viele Leute angefixt damit, glaube ich, ja, werde ich nicht mehr viel dazu sagen, ein Spiel, das es einfach schafft, unter Herr der Ringe und Arkham Horror, extrem positiv hervorzustechen, vorzustechen, seine eigenen Mechaniken mitbringt und das Beste von beiden ineinander vereint, ja, das ist Marvel Champions, auch noch Marvel, ja, Marvel, ich bin auch Marvel Fan, ja, in meinen, in meinen Augen das beste Marvel Spiel bis jetzt, das ich kenne und ziehe euch auch meine Videos dazu an, ich will nicht mehr viel dazu sagen, es hat seine Auszeichnung redlich verdient, es ist für Kartenspielfans, für Koopfans einfach ein Must-Have-Titel, da muss man sich kaufen, und man hört immer wieder, ja, LCGs sind teuer, ja, und, mein Gott, so oft kommen die Erweiterungen jetzt auch nicht raus, klar, Herr der Ringe ist teuer, wenn man sich alles auf einmal kaufen würde, dann zahlt man vielleicht auch locker 1000 Euro, aber ich sammle es auch schon, seit es es gibt, ja, und dann habt ihr halt mal 6 Packs oder so pro Jahr, ja, wo eines 20 Euro kostet, das geht dann, es fällt dann nicht so auf, wenn man sich die Packs immer kauft, ich glaube nicht, dass es bei Marvel Champions jetzt so extrem wird, dass so viele Packs in einem Jahr kommen, sehen wir uns das Ganze mal an, aber, es ist kein Trading Card Game, ja, man kauft sich ja auch regelmäßig Brettspiele, dann verzichtet man halt auf 1 oder 2 und kauft sich ein paar Packs für Marvel Champions, vor allem ist er auch der Wiederspielwert extrem hoch, darum finde ich, man kann sich da ruhig schon drüber trauen, man muss die Erweiterungen ja nicht kaufen, es ist ja nicht so ein Turnierspiel, wo man immer die aktuellen Erweiterungen haben muss, als Beispiel Game of Thrones, wenn ihr das Turnier technisch spielen wollt, müsst ihr euch die neuen Erweiterung kaufen, was es ja natürlich auch bald nicht mehr geben wird, ja, oder Netrunner damals, oder Star Wars, das Kartenspiel, oder Warhammer, man muss immer aktuell dabei sein, wenn man das Turnier spielen will, aber das ist ein Koop-Spiel, von daher finde ich, ist es jetzt nicht so schlimm, wenn man sich da ab und zu Erweiterungen kauft, die für das Spiel rauskommen, ja, und man kann sich die Grundbox kaufen, das will ich auch noch dazu sagen, weil das alleine in dieser Box schon sehr viel, wirklich sehr, sehr viel Wiederspielwert steckt, und auch alle Karten, die man braucht, ja, von daher, keine Angst, dass ihr euch dieses Spiel kauft, und dann müsst ihr euch mehr kaufen, und wenn ihr angefixt worden seid, und euch dadurch mehr kauft, ja, warum nicht, ne, ihr müsst auf euer eigenes Geld schauen, und wenn ihr angefixt worden seid, dann ist es kein Fehler, wenn man sich zu einem geilen Spiel noch geileren Stuff kauft, so, das war meine Meinung dazu, dann, ich rede viel zu viel zu den Spielen, habe ich Bretter portiert, ja, leider auch eine kleine Messeenttäuschung von mir, das Spiel ist im Prinzip gar nicht schlecht, ja, es hat irgendwas, hat's, aber, es war mir dann doch für das, was es optisch verspricht, dass es sein will, zu wenig geboten, ja, ihr seht hier hinten, auf den ersten Blick sieht er schon recht schön aus, aber dann wieder sehr schlicht, obwohl, wenn man sich denkt, ja, der Alien-Artefakt sieht auch sehr schlicht aus, aber das Design holt mich auch hier irgendwie ab, und ich finde es auch mechanisch sehr cool, aber hier wurden einfach ein paar thematische Sachen gemacht, die ich so nicht verbinden kann, dass der Garn zum Beispiel, ja, nicht mit der Farbe des Gewandes zusammenpasst, und wenn man auf das immer denkt, stört das dann einen, ja, oder das, wie war das zum Beispiel, die Buchhalterin, ja, bringt euch Geld, ich meine, ja, okay, so gesehen, ist es schon ein sehr schönes Wirtschaftsspiel, aber das aber mit der Dauer, wenn man es nochmal spielt, wirklich sehr trocken rüberkommt, weil im Kern versucht er eigentlich hier nur, bei dem Modeschaum Plättchen zu sammeln, die er dann abgibt, ja, kann ich ja so, war so irgendwie, also es ist keine volle Enttäuschung gewesen, aber nicht so ein Spiel, dass er mein Regal bleiben wird, vor allem finde ich es ein bisschen imbalanz, ja, manche Karten sind so stark, wenn du da nicht drankommst, dann wird es echt schwierig, ja, es ist ein bisschen zwiegerspalten, es gibt natürlich Leute, denen gefällt es echt extrem gut, aber wie gesagt, das ist mein persönlicher Eindruck dazu, ja, nur weil ich es nicht so gut finde, heißt das nicht, dass es jemand anderem gefällt, so, dann, Aventuria, eine richtig schwere Box, ich habe alles reingepackt, da kann ich nur sagen, wow, ja, jetzt hat man schon Marvel Champions, und ich glaube, dieses Ressourcensystem hat man sich auch ein bisschen von anderen Kartenspielen abgeschaut, bei Aventuria müsst ihr auch Karten ablegen, um euer Mana zu generieren, permanent, toll, und ich habe da, ich glaube, wird es aus dem Schwarzen Keil, aber das habe ich da eine Weile gespielt, toll, was man da jetzt eingebaut hat, mit den Dungeon, die man zwischendurch erkunden muss, bis man ans Ziel kommt, das finde ich echt toll gemacht, und es ist immer wieder eine Freude, dieses Spiel auszupacken und zu spielen, man kommt leicht wieder rein, das System ist wirklich einfach, und erzählt euch immer eine tolle Geschichte, das ist die große Stärke von DSA, dass die Geschichten, die ihr hier in diesem Spiel findet, wirklich lustig und toll geschrieben sind, so dass man sich schon bei der ersten Quest, beim Schwarzen Keiler, schon einen ablacht, ja, wenn der Baron in das Wirtshaus stürmt, ja, also auch, wenn ihr Kartenspiele mögt, Koop-Kartenspiele mit einer tollen Story, oder ein bisschen Rollenspiel dazu, dann seid ihr bei Aventuria genau richtig, dann haben wir Untaunted Normandie, ja, das war ein Spiel, wollte ich auch unbedingt rezensieren, noch vor der Messe, und kam jetzt nicht mehr dazu, habe ich zweimal gespielt, jetzt bin ich aus den Regeln ein bisschen draus, muss wieder reinkommen, hoffentlich komme ich bald dazu, eins kann ich euch nur sagen, es ist wirklich ein tolles, tolles Spiel, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so Wargame nennen soll, oder nicht, ja, im Prinzip das Thema schon, aber ihr habt da einen kleinen Deckbaumechanismus dabei, ja, ihr wählt euch vorher die Einheiten, und das Witzige daran ist, wenn die Einheiten sterben, verliert ihr Karten, also ein Deck, und wenn ihr diese Karten alle, zum Beispiel von einem Ranger, keine Karten mehr vom Ranger entdeckt habt, dann erst ist der Ranger tot, und ihr könnt keine mehr rekordieren, das ist so die Kernmechanik des Spiels, und es hat wirklich einfache Regeln, ja, und ich finde das Ganze ist schon auch sehr thematisch irgendwie, und finde ich cool gemacht, die Missionen, die es da gibt, dass man einen Sender erobern kann, ja, wenn man den aktiviert, dann kann man Hilfe rufen vom Thema her, und dann wird die Mission ein bisschen abwechslungsreicher, ja, das sind wirklich, also ich finde, das ist wirklich ein tolles, kleines Wargame, das wirklich seinen eigenen Charme hat, ich mag das total gerne, wird auch eine neue Erweiterung kommen, eine Standalone-Erweiterung dazu, ich weiß den Namen gerade nicht, aber, ja, also dieser Kartenmechanismus, den muss man mögen, ich finde auch das Artwerk cool, ja, da streiten sich auch die Geister, manche finden es nicht schön, ich finde es schön, das Artwerk, ja, er hat wirklich, ich finde es schön gezeichnete Karten, und, ja, die Kartenmechanik funktioniert perfekt in dem Spiel, und es wird immer sehr, sehr spannend, natürlich braucht ihr auch Würfelglück, aber, ja, ich kann euch das nur empfehlen, Undaunted Norman, die gefällt mir richtig gut. So, dann, gleich noch ein Wargame, und zwar ein richtiges Wargame hier, Dawn's Early Light Red Hammer, ja, auch ein richtig, richtig geiles Wargame, mit einem netten Twist, den man so in keinem Spiel sieht, ja, dass man hier, mit dem Angriffswurf sozusagen auch, das Ergebnis hat, wird der Verteidiger mich treffen, oder nicht, das sorgt für sehr viel lustiges Zielen, in diesem Spiel, man denkt sich, man ist vollkommen in der Unterzahl, aber genau diese Mechanik, gleicht das sehr gut wieder aus, und, ich kann das wirklich empfehlen, wenn ihr mal ins Wargame schaut, oder schnuppern wollt, dann beginnt auch erstmal mit Dawn's Early Light, obwohl es sich komplett anders verhält, ja, wie die meisten, ihr habt natürlich hier die Bewegungsregeln, für die verschiedenen Gebiete, auf denen man sich bewegen kann, das ist klassisch, ihr habt ein Hexmovement, alles gut, aber das Kampfsystem ist schon eigen, aber richtig geil gemacht, ja, kann ich nur empfehlen, wie gesagt, also wenn mich jemand fragt, ich mag auch mal Wargames probieren, dann versucht das mal hier, Solo kann ich es derzeit nicht zu empfehlen, dann müsstet ihr so in der Art gegen euch selber spielen, ist auch keine Regel darin vorhanden, die befinden sich irgendwo in den Tiefen des Internets, da habe ich auch nichts ordentliches dazu gefunden, ja, aber wie gesagt, tolles Zweispielerspiel, wirklich sehr, sehr geil, das Ganze, und kostet auch nicht viel, ja, habe ich damals von der BerlinCon mitgebracht, ja, dann kommt noch Rhone, eigentlich mein liebstes Kartenspiel, im PvP-Bereich, vielleicht mache ich da mal eine Top-Liste, ihr wisst ja, Hero Realms, Star Realms und so weiter, Rhone ist einzigartig, Rhone hat eine geile Mechanik, dass ihr Karten bis zu dreimal tappen könnt, um die Fähigkeiten zu aktivieren, eine schöne Ressourcenmechanik, jede Runde generiert ihr Ressourcen, und dann noch dazu könnt ihr Recycling machen, das heißt, Karten aus eurem Friedhof entfernen, wenn ihr dafür anderen Müll, sozusagen aus dem Kartenfriedhofstapel abwerft, ja, toll, also das Spiel vereint auch viele tolle Mechaniken, hat ein tolles Artwerk, und wurde jetzt auch wieder erfolgreich auf Kickstarter finanziert, und das, obwohl es nur die englische Version auf Kickstarter war, das heißt, da gehört schon was dazu, das zeigt für den Erfolg des Spiels, wird natürlich auch auf Deutsch einen extra Kickstarter geben, wie gesagt, Rhone sehr geil, und eins kann ich euch auch noch sagen, der neue Prototyp von Stefan Stefanik, der wird so geil, das wird ein Koop-Spiel, ich habe das natürlich, vielleicht habt ihr euch das Interview angesehen, das war leider in Englisch, ich erkläre es euch noch gerne mal, basiert auf der Welt von Rhone, aber vorher, also bevor dieser ganze Krieg, da ein bisschen, ich glaube, vor der Zeit spielt, und das ist ein Koop-Spiel, und ihr könnt so viele Handkarten ziehen, von eurem Deck, wie ihr wollt, müsst aber am Ende diese Karten auch bezahlen, die ihr nicht ausgespielt habt, ja, und um diese Karten zu spielen, muss man die Würfel werfen, und die sagen euch, welche Ressourcen ihr bekommt, jetzt ist das Geile daran, diese Würfel kann man selber modifizieren, indem man Farbe, also farbliche Schrauben, in den Würfel dreht, das ist so geil gemacht, das heißt, ihr habt so eine Art Pusher-Lack, ihr zieht, sag ich mal, ja, nach Gefühl, vier Karten, dann würfelt ihr, und seht euch die Ressourcen an, mit, welche ihr ausspielen könnt, und den Rest, den ihr auf der Hand habt, bekommt ihr, glaube ich, als Schaden, und das Ganze gepaart in einen, so eine Art Tower-Defense-Game, ja, so ein bisschen irgendwie, werden wir uns noch überraschen lassen, wie das dann genauer abläuft, aber er hat es mir gezeigt, konnte eine Runde mal so ein bisschen antesten, war noch nicht ganz fertig mit den Angriffen und so, aber erst mal, dieses Grunddesign ist schon richtig geil, da freue ich mich richtig drauf, und hoffentlich, ich darf euch das sicher auch einen Prototypen natürlich vorstellen, zum Kickstarter-Projekt, das wird noch eine Weile dauern, aber da freue ich mich richtig darauf, die erste Runde, die ich da gespielt habe, hat sich echt toll angefühlt, ja, also kein kompetitives Roam, was da kommt, sondern ein kooperatives Roam, und das wird echt cool, ja, dann als nächstes, Chocolate Factory, ein Hammerspiel, meine Frau ist süchtig danach, ja, hier seht ihr die Deluxe-Version, allein das Cover schon, und ich habe es schon in meinem Fazit gesagt, und in der Vorstellung, ja, man will schon die Verpackung ablecken, weil es so geil aussieht, und es sieht nicht nur geil aus, es ist auch ein richtig tolles Spiel, in dem ihr richtig das Förderbandgefühl habt, ja, hier produziere ich das, dann baue ich hier eine Maschine, die kann dann umwandeln, in ein besseres Konfekt, ah, oh nein, da kann ich nicht mehr aktivieren, weil ich zu wenig Kohle habe, jetzt wandert das raus, ja, also, sehr geil gemacht, wirklich ein schönes, schönes Spiel, das nicht nur optisch was hermacht, sondern auch spielerisch Bombe ist, gefällt uns richtig gut, wird definitiv bei mir bleiben, ich bin froh, dass ich hier die Deluxe-Version habe, weil, ja, ihr wisst schon, die Deluxe-Komponenten sind ja einfach richtig geil, so, wir haben ja noch mehr, das besagte Cooper Island, ah, meine letzte Rezension, meine letzte Auszeichnung, ich habe es vorher schon erklärt, was dieses Spiel ausmacht, ähm, ihr habt extrem viele Möglichkeiten, nochmal hervorzuheben, auch die Siegpunktmechanik mit den Booten, finde ich echt geil, dass ihr dann noch ab 5 Siegpunkte ein Blättchen bekommt, was bei vielen Spielen ein Hinweis auf 5 Punkte ist, ist es ja hier auch, aber dieses Blättchen gibt euch dann Boni, so ähnlich wie in Rogers auf der Gange ist, wenn ihr euch an den Leisten bewegt und Boni abgreift, also, ja, so viele schöne Optionen, so schöne neue Mechanik mit dem Hochbauen, tolles Spiel, wieder mal von Frosted Games, ja, sie schaffen es irgendwie immer wieder, neue Kracher rauszubringen, ja, nach Don of the Sets, das nächste Spiel, das ich auszeichnen muss, entschuldigt, ich wurde gerade unterbrochen, für den, ja, da musste ich einen Cut einfügen, ja, also nochmal, Cooper Island, für mich ein richtig grandioses, geniales Spiel, bei dem man nicht weiß, wie viele, oder, besser gesagt, wo man als erster beginnen soll, also, ja, sehr schönes Spiel, kann ich nur immer wieder empfehlen, Cooper Island, ja, mal sehen, was es nächstes Jahr wird, was die große Ankündigung von Frosted Games sein wird, und da bin ich schon gespannt, ja, dann das nächste Spiel, das war, naja, das ist ein schweres Paket, und zwar, Black Rose Wars, ja, ich kenne auch schon viele das Spiel, und ich finde das Spiel auch mega genial, freue mich da jetzt schon auf die deutschen Karten, damit der Einstieg für meine Mitspieler noch ein bisschen einfacher wird, aber es ist einfach ein traumhaftes Magierspiel, in dem ihr versucht, Kreaturen zu beschwören, mit den Räumen zu interagieren, ihr könnt die Räume aktivieren, um Tote auferschen, um Leben, um Leben, sag ich, um Tote wieder auferstehen zu lassen, oder euch zu heilen, oder euch zu teleportieren, ihr könnt euch skillen, jede Karte hat zwei unterschiedliche Fähigkeiten, einfach ein toll gemachtes Spiel, und wurde ich auch gerade, da bekam ich ein tolles Kommentar, dass es ihm enorm geholfen hat, dieses Video für den Einstieg, ja, sowas freut mich natürlich total, weil die Anleitung ist leider nicht so toll geworden, und ich empfehle euch auch wieder dazu, ladet euch auf BoardGameGeek, meine Spielhilfe herunter, dann habt ihr den Wiederentstieg, ziemlich einfach in dem Spiel, und auch die Regeln ein bisschen leichter zu verstehen, ja, Black Rose Wars, ja, ein mega tolles Spiel, das ich nicht mehr abgeben werde, und dasselbe gilt auch für Trikarian, ja, habe ich zu zweit jetzt noch nicht getestet, aber in Vollbesetzung gespielt, und ich fand es einfach mega, ja, man hat wirklich einen tollen Einsatzmechanismus, bei dem man gut überlegen muss, welche Ressourcen, oder wie viele Ressourcen will ich dazu zahlen, dann dieses Marktsystem finde ich toll, in dem ihr Waren anfordern könnt, und vorbereiten für die nächste Marktphase, oder euch Waren sofort kaufen könnt, auch das mit den Vorstellungen, finde ich mega genial gelungen, ja, erstmal braucht man eine Weile, bis man das Ganze versteht, wie das abläuft, wenn man das aber dann verstanden hat, dann ist das bei vier Spielern zumindest jetzt, ja, also richtig toll, die Konkurrenz ist da aufgekommen, ja, wer darf als erster aufführen, wer geht gleich in den Montag, oder wer holt sich doch noch den Samstag, ja, dazu gebaden, diese Plättchenmechanik, dass man versuchen muss, gleiche Symbole zu verbinden, und die einen Spieler dann, also viele verschiedenen Spieler dann auch, auf eine Vorstellung setzen, und man darum buhlt, wer sie aufführen darf, ja, schwierig zu erklären, aber ein mega geniales, thematisches, tolles Euro-Game, das natürlich seine Zeit braucht beim Spiel, aber, ja, wenn ihr es mit der schwarzen Katze spielt, Erweiterung dazu voll empfohlen, dann werden eure Aktionskarten noch gepimpt, das gibt dem Spiel noch mehr Würze, und so schafft ihr es dann auch immer noch bessere Skills, schneller zu lernen, also, Tricarion ist eine absolute Granate, eines der besten Euro-Games, die man spielen kann, finde ich, man muss sich dafür Zeit nehmen, um das Ganze zu lernen und verstehen, aber, ja, es gibt keine negativen Meinungen zu Tricarion, und das heißt schon was, auch die zweite Auflage hier in der Collectors Edition, absolut gefragtes Ding, wird ja schon über 100 Euro gehandelt, das Teil, ja, einfach nur mega, egal, so, dann, dann, gangen wir zu den Spielen, die ich selber jetzt euch nicht zeigen kann, und, da hätten wir, erst mal, Draft to Solus, ja, wie ich, in Spiele, wie sie Video auch erkläre, oder erklärt habe, habe ich mal kurz Draft to Solus gespielt, das ist echt so ein leichtes Spiel, das man verwenden kann, nachdem man etwas Hartes gespielt hat, ja, in dem man ziemlich lange gegrübelt hat, als Absacker sozusagen, oder auch als Opener, wie man so schön sagt, also, als erst mal als Beginnerspiel, würde ich auch als Familienspiel empfehlen, ja, aber es ist wirklich einfach, ihr habt verschiedene Gebiete auf eurem Dinosaurierpark, jeder nimmt sechs Dinosaurier in der Hand, und man darf sich immer einen Dinosaurier aussuchen, und die Farbe wird dann durch einen Würfel bestimmt, wo er dann diesen farblichen Dino, auf welches Feld setzen dürft, ja, dieses System finde ich cool, man sieht dann natürlich auch den Nachbarn, oder was nehmen denn die anderen Dinos, kommen da noch mehr Grüne zu mir, kann ich da auf die Grünen gehen, oder welche braucht der neben mir, gebe ich ihm keinen Grünen, setze ihn lieber selber bei mir ein, ja, wirklich ein easy Spiel, das man schnell versteht, das leicht gespielt ist, und so ein, ja, das man zweimal schon gerne spielt, ich glaube, auf Dauer ist es nichts, da wird es ein bisschen zu langweilig, ich würde es mir selber jetzt nicht kaufen, aber auf jeden Fall immer wieder gerne mitspielen, so, danach, Tiefseeabenteuer heißt das Spiel, genau, das haben wir bei Sven Simen gespielt, da war ich total überrascht von dieser kleinen Box, ja, so eine kleine Minibox, ganz blau mit einem U-Boot drauf, und was macht ihr, ihr legt hier Plättchen aus, ja, in einer Kette, und diese Plättchen simulieren, wie tief ihr taucht, ja, zum Beispiel gibt es 1er, 2er, 3er, und ihr würfelt den Würfel, und geht dementsprechend viele Schritte nach unten, ja, ihr könnt euch jederzeit frei entscheiden, einen Schatz zu nehmen, wenn ihr aber einen Schatz nehmt, das heißt, ihr dreht das Plättchen um, müsst ihr euch danach auf den Rückweg begeben, also müsst ihr, nein, müsst ihr euch bei der Bewegung immer entscheiden, bewegt ihr euch zurück, oder nach vor, so, und wenn ihr euch für einen Weg entschieden habt, für den Rückweg entschieden habt, könnt ihr euch auch nicht mehr nach vor bewegen, so, und der Clou daran ist, alle Spieler hängen auf der gleichen Sauerstoffleitung, das heißt, wenn ihr euch zurückbewegt, und einen Schatz geborgen habt, dann müsst ihr pro Schatz einen Sauerstoff abgeben, wenn ihr euch bewegt, ja, jetzt nimmt man 2 Schätze, dann verliert man schon 2 Sauerstoff, ja, das ganze Spiel ist natürlich extremst glücksabhängig, ja, basierend auf die Würfel, die man hat, aber ihr müsst schon irgendwie den richtigen Zeitpunkt abwarten, wann nehme ich denn jetzt, einen vielleicht billigeren Schatz, und schaffe es noch ins Boot zurück, um den Schatz natürlich auch bergen zu können, ja, und das war extrem lustig, weil ich hatte an dem Abend so viel Würfelpech, dass es eine Frechheit war, aber dadurch war es echt total lustig, wir haben gleich 3 Runden, glaube ich, gespielt, ich bin jedes Mal komplett abgesoffen, und, äh, war einfach daran geschuldet, ja, dass ich mich am Anfang meistens so mit 3 Feldern bewegt habe, und beim Rückweg dann auch, und dann hast du eigentlich fast keine Chance mehr, ja, ein paar Mal habe ich auch selber zu viel riskiert, ja, das war dann eigentlich den Spaß geschuldet, ich habe gesagt, ja, okay, mache ich es halt, und ging dann auch nicht gut, aber da musst du natürlich auch dementsprechend würfeln, aber das Beste, die beste Situation war, okay, in der letzten Runde habe ich mir gedacht, ich hole mir einen ganz billigen Schatz, ganz früh, würfle einmal, komme circa 5 Feldern nach vor, und denke mir, so, bevor ich jetzt wieder absaufe, nehme ich den, ähm, 5er Schatz, glaube ich, ne, den 6er, 6 waren es sogar, glaube ich, ähm, bin da 6 Schritte entfernt, ja, und ich denke mir, okay, ich komme da sicher jetzt nicht zurück, ja, ich nehme da jetzt, würfle vielleicht dann eine 3, oder eine 2, und, ähm, ja, dann bin ich wieder an der Reihe, würfle, und was würfle ich? Eine 6, ja, die ganze Partie, über den ganzen Abend, habe ich total schlechte Würfelzahlen, da würfle ich eine 6, und komme sofort zurück zum Boot, ja, und das war echt übel, weil eigentlich habe ich keinen Schatz aufgehoben, ich wollte nur im Rückweg Schätze mitnehmen, ja, das heißt, ich bin rein und raus, und habe nicht mal einen Schatz mitgehabt, ja, und, ja, wir haben, wir haben, es fast angepisst vor Lachen, weil, äh, das ist, äh, genau das Gegenteil wie vorher, vorher habe ich den Schatz, komme nicht hoch, dann habe ich keinen Schatz, und bin sofort im Boot, ja, war mega lustig, ähm, echt spaßig, eine totale Überraschung, dieses kleine Spiel, ja, dann, Everdell haben wir auch gespielt, das ist schon länger aus, äh, Everdell finde ich, ist grundsätzlich ein tolles Spiel, hat eine schöne Mechanik, total cool, dass man sich hier aus der Auslage auch frisch die Karten kaufen kann, die gleich ins Spiel kommen, ähm, thematisch auch gut verbunden miteinander, die Karten, finde ich auch schön, das Artwerk, total toll, ähm, äh, ja, meine Frau fand es im Endeffekt dann ein bisschen langweilig, muss man ja auch recht geben, ich glaube, wenn man das Spiel öfter spielt, hat man einen totalen repetitives Gefühl wahrscheinlich, und vor allem die Erweiterungen, die sind wirklich extrem teuer dazu, aber im Großen und Ganzen, ein richtig schönes Spiel, also mir hat es echt extrem gut gefallen, aber, ja, wenn so ein Kartenspiel, äh, meiner Frau auch nicht gefällt, da muss man natürlich überlegen, ob man das behält oder nicht, und daher muss der es bei mir ausziehen, ja, dann gibt es noch, äh, na, das machen wir zum Schluss, Rurik, ja, Rurik, schönen Gruß an den Jürgen, das war das Spiel von Jürgen, der hat uns Rurik gezeigt, ein Area Control Spiel, mit einem sehr, sehr genialen Einsatzmechanismus, wenn ich das Spiel hätte, ich würde es auch auszeichnen, weil einfach dieser, Einsatzmechanismus seinesgleichen sucht, das ist eine mega coole Idee, was da gemacht wurde, andererseits hat er Area Control, aber der Kampf ist mega einfach, er tauscht nur Einheiten ab, und zieht eine Karte, und sieht dann, was passiert, aber, wie er die Meeple einsetzt, das ist schon Poker in Reinkultur, ähm, ihr könnt, ihr habt Meeples, und die sind nummeriert von 1 bis 5, und man, äh, gibt zum Beispiel die 1 auf ein Einsatzfeld, ja, zum Beispiel rekrutieren, und die 2 auf ein anderes Feld, und wenn jeder Spieler seine Meeple gesetzt hat, dann werden die der Reihe nach abgehandelt, und zwar von unten nach oben, das heißt, 1, 2, 3, und jede Reihe, an der ihr einsetzen könnt, ist natürlich oben, ja, der obere Einsatzplatz, der bessere Effekt, ja, das heißt, auch wenn ich eine 1 setze, würde ich oben den Hammer-Effekt bekommen, der Clou dabei ist, man kann diese Meeple verdrängen, wenn man höher setzt, ja, dann werden alle nach unten geschoben, jetzt kann man mit einer 2, den 1er natürlich von oben nach unten schieben, und wenn die Spieler dann natürlich da mehr einsetzen, lande ich vielleicht sogar auf dem letzten Platz, und habe fast gar keine Bonne, ja, nur eine kleine Wirkung, ja, wenn man natürlich dann mit seinem Geld, den Wert der Meeples erhöht, haben es andere Spieler schwieriger, auch auf dieses Feld einzusetzen, beziehungsweise einem zu verdrängen, ich könnte theoretisch aus einer 5 mit 3 Münzen eine 8 machen, ja, und dann zusätzlich zum Einsetzen eben noch die Abhandlungsfolge beachten, also das ist echt genial gemacht, ich habe schon lange nicht mehr so ein tolles Area Control Spiel gespielt, das sich auch thematisch cool anfühlt, ja, aber ein rundherum gelungenes Spiel finde ich mega genial, mehr kann ich dazu nicht sagen, ich hoffe, ich komme nochmal dazu jetzt zu spielen, oder vielleicht leicht sehe ich es mir aus, um euch das mal vorstellen zu können, ja, dann das nächste Spiel auf der Liste, das war Sanctum, ja, Sanctum, ich habe es leider nicht mehr schon verkauft, schon versendet, ja, dazu möchte ich auch nicht mehr viel sagen, wegen meiner Stimme, ich nur so viel, ich bin langjähriger Diablo-Spieler, schon 10 Jahre habe ich da damals, glaube ich, Diablo gespielt und so weiter, und da sind mir dann später auch noch eben so Punkte eingefallen, die ich da wirklich, die mich so extrem gestört haben, ja, nicht nur, dass die Siegbedingungen so schlecht sind, der hat 10 Lebenspunkte, die man hat in dem Spiel und derjenige Spieler mit den meisten am Ende gewinnt das Spiel, ich finde das mega unthematisch, man besiegt gemeinsam einen Boss und dann gewinnt der, der am wenigsten Schaden hat, das geht gar nicht, das ist eine Siegbedingung, da hat man sich keine Gedanken gemacht, das kann man viel besser lösen, ich habe da einige Ideen, die ich jetzt nicht preisgeben werde, aber wenn man sich da mal ein bisschen was ausdenkt, dann kommt man auf viel bessere Lösungen, wie man das Spiel gestalten könnte, dazu noch, dass es ja aussieht wie Diablo, links die Stamina-Leiste, rechts der Fokus, also Leben und Mana, aber man eigentlich, dass es sich gar nicht so anfühlt, und das hat mich dann echt enttäuscht, weil Stamina sind eigentlich die Lebenspunkte gewesen, und so viel sei gesagt, ich hätte aus dem Spiel viel mehr rausholen können, oder rausgeholt, weil einfach Tränke sind dazu da, um sein Leben wieder herzustellen, und nicht Aktionspunkte herzustellen, das ist meine Auffassung, das wäre viel cooler, wenn man hier spontaner, viel mehr Tränke einsetzen könnte, die man auch spontan während des Kampfes braucht, und die man sich dann auch kaufen kann, unter die man looten kann, ja, da hätte man viel viel mehr rausholen können, da wäre ich echt enttäuscht, super seicht das ganze Spiel, ich finde es auch nicht schwierig, es ist viel zu leicht, man kann die Schwierigkeitsgrade erhöhen, aber das fühlt sich dann künstlich an, ein bisschen, der Endbosskampf ist ein bisschen herausfordernd, aber was ist Herausforderung, wenn ihr einfach nur hofft, dass ihr die Würfelzahlen habt, um voranzukommen, und das nur banal manipulieren könnt, ja, das war Sanktum, hat mich echt voll enttäuscht, und dann gibt es zum Schluss noch, nein, da gibt es noch zwei, und zwar Pacific Rim, habe ich leider nicht mehr, ich habe das Spiel gelobt, ich finde es nach wie vor richtig gut, ich bin großer Fan des Films, es gibt ja auch andere große Fans des Films, und ich finde, dieses Spiel bringt den Film absolut toll auf euren Tisch, da kann man echt nichts sagen, aber ich persönlich, wenn ich so ein Spiel auf dem Tisch packe, spiele ich da ein bisschen mehr anspruchsvolleres Zeug, so wie zum Beispiel eben das Warhammer, Shadespire, aber nichtsdestotrotz, das Pacific Rim für Leute, die den Film lieben, und die Miniaturenspiele mögen, ein richtig tolles, cooles Spiel, eine Ergänzung zum Film, ja, die Schablone ist klobig, die Kritik lasse ich absolut gelten, das stimmt, daran muss man sich gewöhnen, das hätte man viel besser lösen können, aber nichtsdestotrotz, man kann seine Monster und seine Jäger schön ausrüsten, das macht Spaß, die Skills machen auch Sinn, sind auch thematisch gemacht, und ja, das hat sich gleich ein Spielkollege mir, von mir gleich abgekauft, er wollte das auch unbedingt haben, es ist jetzt nicht so leicht zu bekommen, sage ich mal, müsst ihr euch schon bestellen, ich glaube auf der Webseite, aber nichtsdestotrotz, der wollte es dann gleich haben, ist ja auch großer Fan, und ich habe mir gedacht, ja, bei mir wird es wahrscheinlich aufgrund der Menge an Games, die ich habe nicht so oft auf dem Tisch landen, und dann hat der das jetzt in seinem Fundus, so, dann gab es noch, Glenmore 2 Chronicles, habe ich auf der Spiel in Essen, dieses Jahr Probe gespielt, hat mir extremst gut gefallen, ja, dieses Spiel müsste man auch fast auszeichnen, das war eine Runde am VIP Tisch, also ich kann sagen, was man aus dem alten System hier rausgeholt hat, ist richtig mega geworden, die Komponenten toll, ja, vielleicht hätte man die Sticker noch weglassen können, wenn es schon so eine tolle Deluxe Box ist, aber im Großen und Ganzen ist ein richtig geniales Spiel, das ich Euro-Gamer wirklich empfehlen kann, was mich vielleicht ein bisschen gestört hat, das war, dass wenn man jetzt eine Aktion, ein Blättchen haben will, das ziemlich weit vorne ist, und einem total viel bringt, müsste man extrem viele überspringen, und hat dann eine richtig große Town-Time, bis man wieder drankommt im späteren Spiel, da kann es wirklich vorkommen, dass man 20 Minuten nichts machen könnte, weil die anderen Spieler für ihre Züge so lang brauchen, ja, kann man positiv oder negativ sehen, kann auch sagen, man ist selber schuld, wenn man so weit nach vorne geht, klar, aber wenn es einem viel bringt, warum nicht, das wäre vielleicht der einzige Kreditpunkt, aber im Großen und Ganzen ist das Spiel mega toll, und ich hoffe, dass ich es euch auf meinem Kanal vorstellen kann, weil Nils hat mir da auch ein Rezensionsexemplar versprochen, mal sehen, ob es mal, ob es was wird damit, dann könnt ihr das auch auf meinem Kanal sehen, und werde auch versuchen, euch alle Chroniken dieses Spiels zu zeigen. Ja, und last but not least, jetzt kommen wir zum Ende, Hemm auf das Kotz, ja, ein Wargame, ein Block-Wargame, wenn ihr euch das Essen-Video mit Oma angesehen habt, bei dem ich zwei Tage lang gepennt habe, ein richtig tolles Spiel, ja, indem ihr eure Blöcke vor euch habt, das sind die Einheiten, wenn sie Schaden bekommen, dann dreht man die Blöcke, sehr cool gemacht, mit einem netten Twist, ja, dass am Ende des Jahres alle eure Barone wieder in die Heimatstadt zurückkehren, ja, das heißt, ihr braucht keine Bewegungspunkte ausgeben, sie landen wieder in eurer Stadt, und, ja, das Ganze ist wirklich ein tolles Spiel, die Regeln waren zwar scheiße, ja, und das Material ist teilweise auch nicht gut, ja, also, die Blöcke schon, ja, aber die Karten, die Karten sind absolut billig produziert, ja, also, da hätte man viel, viel mehr draus machen können, bis man da mal drin ist, dauert es eine Weile, ist zwar nicht so kompliziert, ja, aber aufgrund der Anleitung, der schlechten Anleitung war das, der Einstieg, hat da ein bisschen gedauert, aber dann hatten wir eine mega tolle Partie, sehr viel Spaß mit dem Spiel, Hammer auf das Kotz, ja, wenn ihr auch an Blockgames interessiert seid, dann müsst ihr vielleicht auch einen Blick darauf werfen, aber wie gesagt, ihr erwartet vom Material jetzt nicht das absolute Highlight, sage ich mal, aber spielerisch absolut top das Spiel. Ja, das war's, jetzt mit den ganzen Listen, die ich gespielt habe, und ihr seht, das sind richtig, richtig viele, vielleicht habe ich auch ein, zwei oder drei nicht aufgeschrieben, oder vergessen, weil das war jetzt schon ein bisschen ein großer Zeitraum, und ja, dazu möchte ich nochmal sagen, jetzt habe ich sogar das Mic nicht angesteckt, aber ich glaube, er hat mich ja trotzdem gehört, das lag ja auf dem Tisch. Trotzdem möchte ich dazu sagen, ich freue mich, wenn ich ein paar Patreon-Unterstützer bekomme, wie gesagt, aktuell wird es nicht so viel exklusiven Content geben, da ich die Zeit nicht dazu habe, aber es wird dann auch ein paar Spiele zur Verlosung geben, erst mal, wenn ein gewisser Stand an Patrons vorhanden ist. Ja, das war's, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, das eine oder andere Spiel habt ihr vielleicht schon im Auge gehabt, und seid auch jetzt noch ein bisschen angefixt geworden davon, oder holt es euch jetzt natürlich, ja, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, bei meinem nächsten Playtime-Video, und das war's, entschuldigt nochmal meine Stimme, ich bin ein bisschen verkühlt, und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Playtime-Video, euer Austin-Board-Gamer, Ciao. Ciao.